Jo, Leute, eine kleine, wichtige Info, weil es ein bisschen Probleme gab mit dem Upload und ich da ein bisschen was durcheinander gehuschelt hab. Die Folge für heute, Folge 13, ist da. Die steht hier hinten, in der Reihenfolge. Weil, wie gesagt, ich hab ein bisschen was durcheinander gehuschtet, also nur, dass ihr es nicht überseht. Da steht es jetzt auch vor einem Tag hochgeladen. Ich hatte die, nachdem ich sie aufgenommen hab, aus Versehen direkt auf öffentlich gehauen, mitten in der Nacht. Und deswegen steht die hier hinten dran. Also, die ist da, aber, äh, ja, steht eben hier und nicht hier vorne. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wo die Folge von heute bleibt. Äh, oder wo sie generell bleibt. Ne, einfach als Info.